Mahlzeiten! Willkommen zurück zu Diablo 3 Season 9. Ich habe nochmal eine ganze Stufe runtergeschaltet, also auf Meister. Und habe die Entscheidung getroffen, dass ich erstmal versuche ein paar Legendaries zu farmen. Auf einer Stufe, wo ich gut durchkomme, wo flüssiger laufen sollte, ich nicht immer verrecke. Und wenn man dann mal so weit ist, ja, fängt schon gut an. Wo ich vielleicht auch mal auf Qual spielen kann. Was natürlich jetzt schon wieder ein Nephilim-Portal, was mir auf den Sack geht. Ich hasse diese Dinger, wo so viele Türen sind, wo du nicht direkt durchkommst. Ich geh mir auch alle auf den Pilsen. Zack. Ne, aber erstmal ein paar Legendaries-Farm. Ein paar Portalsteine, dass man auch ein paar große Rifts hintereinander machen kann. Ich habe die Mucke so laut, Alter. Er dröhnt ja voll in den Ohren. Hallo? Hallo? Danke. Oh, wie das ist von... Ne, ist eine Rüstung. Ist der... Nicht die... Ach, der Arschloch. So. Das ist ein bisschen leise. Ich muss noch genau die richtige Einstellung finden, und so, dass mir das nicht zu sehr... Im Ohr scheppert der Aschermantel. Der war es. Ne, 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 ne. Die tut weh. Niemand hält mich zurück. So, kommt. Das Kleinkram da. Vielleicht finden wir auch schon ein paar Set-Gegenstände. Dann anfangen wir auch geil. Ah, die Truhe. Das Kleinkram da. Das ist echt wie denn so eine Zellkiste mit den Türen. Hier, komm. Lass mich durch. Ach, das war gar keine Blockerwand. Oh, bin ich beschränkt heute. Ist ja Wahnsinn. Ich warte darauf, dass die Wand wieder verschwindet. Also, ganz dabei bin ich heute noch nicht. Oh, ein weißer Gegenstand. Sehr edel. Das finde ich irgendwie immer eine geile, äh, geile Umgebung. Ich glaube, hier finde ich auch immer Ringe oder sowas. Bildt man sich auch gern mal ein, was man wo findet. Komm. Komm. Oder halt. Ach, ist das wieder der, der sich so splittet? Den ich wieder nicht unter Kontrolle krieg? Das geht noch nicht. Nö. Das Richtgeldscheiß lässt es auch noch nicht fallen. Zack. Komm. Komm, noch irgendwo ein Champag. Ah. Auch wieder nix. Okay, ich bin jetzt auch ein bisschen gierig, ne? Also, eins habe ich schon hier in dem Rift gefunden. Ein Megaruckler. Geht denn jetzt ab? Der Rechner macht noch nicht mal was im Hintergrund. Er ist komplett im, im Gaming-Mode. Da ist noch. Da, 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 da. Kommt her. Ich sehe meinen eigenen Charakter nicht mehr. Was soll denn das? Oh. Nicht in die Falle rennen. Nein, die kriege ich jetzt nicht reingezogen, ne? Nein, die kriege ich jetzt nicht reingezogen, ne? Blub. Schön die Kugeln einsammeln. Und noch eins. Beziehungsweise Unique. Au. Hört ihr auf. Wer macht denn hier noch die Arcan-Wächter? So, einmal aufgeräumt. Oh, kommt jetzt schon der Portalwächter jetzt, wa? Ah, genau. Unter uns. Jo, unten Paragon-Level. Haut mal direkt den Rift-Boss um. So, Schlüsselstein. Und ein bisschen Müll. So, machen wir die Truhe noch auf. Boah, ist aber heute echt nicht so der Mega-Glück. Ich kann nichts mehr aufheben. So, der kommt raus. Der kommt rein. Ist das der Nussknacker, ja, ne? Oh. Noch nie. Mehr Wut. Oh. Oh. Geht mir jetzt hier ab. So. Wenn wir jetzt mal kurz Ruhe kriegen. Bitte. Hallo. Einmal zurück in die Stadt. Identifizieren. Der Nussknacker. So. Hauen wir auch mal hier die beiden Sachen rein. Der Rest ist, glaub ich, Brüll. Ach nee, einen Edelstein krieg ich ja gar nicht. Ab zum Schmied. Braucht man nicht. Einmal die Taschen leer machen. Aufräumen kann man später. Und wieder zurück. Kann aber eigentlich schon nicht das ganze Rift gewesen sein. Oh, 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 oh. Teilweise extrem komische Monster-Kombis. Was? Noch was? Ey, geil. Was geht jetzt? Okay, irgendwer ruft nicht an. Ist jetzt aber auch schon zu spät. Warte mal kurz gucken, wer angerufen hat. Ganz kurz. Irgend so eine Service-Nummer. Guck ich später nach. Jetzt nicht. Ey, da oben direkt noch eins. Geil. Deswegen, ich mag die Ebene irgendwie. Oh, 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 oh. Du auch noch. Ich hätte eigentlich noch bei den gelben Sachen gucken können, ob eine Verbesserung dabei ist, bevor ich alles einstampfe. Ah, können wir später auch nochmal gucken. Wir finden noch mehr. Ja. Ach, hier. Gehen wir mal in die nächste Ebene. Was ist das? Hallo. Und ein Schatzkorb in der Nähe. Nee, da bin ich besser. Wo bist du? Da. Ein Blutdieb. Nee, ihr könnt noch relativ praktisch sein. Hallo. Wolle jetzt noch nicht gar nicht so viel droppen. Direkt das nächste. Ja, geil. Wenn die jetzt noch anfangen würden, was zu droppen, was man brauchen kann, wäre das eine Bombe. Ja, und noch ein Unique dabei. Das geht noch nicht. Hörst du auf zu schubsen. Viel Kleinkram. Ja, dich erwische ich noch da hinten. Wollte ich hinter den anderen verstecken. Ich brauche mir jetzt nicht genug Wut. Uh, jetzt geht's rund. Komm, 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 komm. Ah. Hält der noch lang genug. Es wird nur noch auf Bling geachtet. Nein, kurz davor. Ja, das war ein guter Treffer. Aber die verliere ich jetzt wahrscheinlich zum größten Teil, oder? Ich hänge hier ein wenig fest. So. Da war, glaube ich, noch ein Rezept. Ui. Ähm, ja. Kesselt mich ruhig hier in der Ecke ein. So, jetzt beruhigt sich ein bisschen. Ah, einer hat noch überlebt. Hier unten. Nein. Du gehst mit Sicht durch die Lappen. Alter. Und nochmal zurück. Und danach muss ich den ganzen Kram noch einsammeln. Ganz viele Schmiedesachen. Juwelen. Mal gucken, was am Ende übrig bleibt. So, ein Juweliervorlage. Und ein Set. Und ein legendäres Ding. So, du kriegst das Ding. Der Schmied kriegt den anderen Kram. Leider kein Legendary gerade dabei. Haben wir denn ein Upgrade. Den Edelstern mal weg. Das ist zum Beispiel ein Upgrade. Ja, komm, mach mal einfach mal. Das wäre natürlich auch cool gewesen. Ähm. Nur ein halbgeahnder Helm. Schade, schade. Jetzt sammeln. Zum Glück muss ich nicht mehr alles einzeln sammeln. Hier sind noch ein paar Sachen. Ein paar Waffen. Ein paar Gürtel. Warum hält sich die Pampe denn? Oh, hier geht's noch direkt weiter. Aber keine Goblins mehr, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ein Schild ist ja auch nicht schlecht. Und wenn die einen schlagen, kippt die so fast schon um. Kann man mal grob absuchen, ob hier noch irgendwas interessant ist. So, hier. Aber ich glaube, das Geilste in dem ganzen Ding ist schon durch. Das ist auch nur noch so ein Koloss. Das geht noch nicht. Ey, jedes Mal kommt ein so ein Fratze noch hinterher und haut mir eine. Ja, können wir zumachen. Einmal noch gucken, ob wir noch was gefunden haben, was praktisch sein könnte. Wie das hier. Müsste ich aber noch einen Sockel draufknallen. Aber der macht schon grundsätzlich mehr Damage. Was könnte ich denn da wegrollen? Am besten noch die Vita. Die Vita weg. Dafür einen Sockel drauf. Dann sind wir doch schon da. Oder ich versuche irgendwie mal auf zwei Einhänder zu gehen. Ah ne. Machen wir erst hier. Neu ausrollen. Die Vita weg. Dafür einen Sockel. Perfekt. Dann holen wir hier den Edelstein raus. Und haben wir hier 110%. Das sind 105. Machen wir 110 wieder rein. Den behalten wir uns mal für die Eigenschaften. Da muss ich mich auch nochmal informieren. Ja, boah. Was man doch mal zum Extragieren farmen muss. Ich glaube da muss man nur Kopfgeld dafür machen mittlerweile. Und Kohle haben. Oder? Keine Kohle. Ich weiß es gar nicht mehr. So, wie erfolgreich war es. Ein Helm und eine neue Waffe. Ein bisschen mehr Damage. Ja, pff. Und das war es eigentlich auch. Deswegen, ich sage bis zum nächsten Mal. Tschö. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.